Wir stehen hier erst auf jeden Fall und die Spieler wie auch zu erschaffen werden sehen wie die NHL-Spieler spielen. Ich denke, ob es jetzt der richtige Zeitpunkt ist oder nicht. Es ist nicht richtig, dass wir uns die gemeinschaftlich gut mit uns anhalten. Man hat jetzt ein bisschen einen schwachsten Stand und die grossen Vorstand haben. Wir sind hier, in den Schavern und der Schavern hier. Wir sind hier in den Schavern. Wir können in den Schavern kommen. Wir können hier in den Schavern kommen. Wir sind hier in den Schavern. Wir haben hier ein bisschen Pfeitel mit Schavern. genau so ist das hier ist ganz schön Herr Stavr, ich fühle mich hier Aber ich habe es schon sehr schön Ich habe es bereits geklagt Ich habe schon versucht, dass wir zum Beispiel zu fliegen sind. Der ist, dass wir vor der Gute in den Gute gehen können. Ich habe jetzt noch ein paar Worte. Aber es wird sich schon auf der Gute auf der Gute. Es wird ein bisschen verletzt. Der Gute, in der Gute in Drogen. Ja, wie wir es mit der Gute gehen können. Wie wir es mit dem Gute gehen können. Der Gute ist immer noch ein bisschen, dass wir die Gute gehen können. Wir sind hier in der Gute. Wir sehen uns schon mal wieder. Du hast da Lied? Ja, natürlich, da ist der Schnee. Ich bin echt in der Schnee. Ich bin echt in der Schnee. Ich bin echt in der Schnee. Du hast auch eine Bote. Das ist aus der Schnee.